Ja, und somit herzlich willkommen zurück bei Half-Life-RX. Ähm, ach ja, stimmt. Das letzte Mal... Huch. Das letzte Mal... ...war da hier dieser... ...unglaublich... ...gute Kampf. Bei dem ich ja gar nicht gestorben bin. Ähm, ja. Jetzt schauen wir mal, was uns heute so erwartet. Ähm, ja. Weiter geht's. Bis jetzt alles schön ruhig. Ich denke mal, hier geht's... ...weiter, genau. Schauen wir uns erst mal dort hinten um. Ja. Ähm... ...wow, zehn Schuss. Und hier einfach null. Okay. Sieht nicht gerade vielversprechend aus. Aber Polymer... ...wennigstens etwas, mit dem man arbeiten kann. Hast du noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay, kann man nicht. Schade. Hier auch nichts drin. Ich hoffe mal, dass wir irgendwo noch mehr Munition finden, weil sonst... ...bin ich am Arsch. ...und dann nicht so aus. Die Norden Star. Die Norden Star. Ich bin. Warum sagst du das so? Nein, nein. Die Vortigaat sagt, ...hier zu den Norden Star, um seine Freunde zu helfen. ...wennstensiv wie Vortigaat-nonsensiv. Aber ich glaube es ist. Oh, ja. Das macht mehr Sinn. ! Ich denke, das irgendwie eine Verkontrolle mit Wohnen. ... Nine Orten. Das ist einen typischen Großen. Das in die Verkontrolle und der Besten ... die Leicht erzeugen. Schauen wir uns doch hier mal etwas um. Hier drin gibt es nichts. Auch nichts. Nirgendwo irgendwas. Kann man nicht öffnen. Wirklich nichts. Gar nichts im Auto. Schauen wir uns. Danke ganz. Wir können wir ein. Vielleicht auch hier nichts, noch auf der anderen Seite schauen, sieht auch nicht so gut aus. Kann man die Motorhaube öffnen? Nein, das geht nicht. Vielleicht unter dem Auge? Auch nicht, schade. Irgendwo brauche ich doch noch mehr Munition her, sonst überlebe ich das nicht mehr lange. Und zwar noch mehr Gramate, aber bringt mir gerade nicht so viel. Ich brauche Munition. Einfach nirgendwo hat hier etwas. Hm. Auch nichts. Nichts. Hier nichts drin. Die Bushaltestelle. Auch nichts. Auch nichts. Alles leer. Ja, dann geht's wohl dort drüben rein, schätze ich mal. Danke für nichts. Wohl. Nein. Vielleicht brauche ich das ja hier drüben. Okay. Schnell schauen, wo der Punkt ist. Ich habe gesehen, beim Ladevorgang sehe ich persönlich hier eine Karte, wo ich schon überall war und wo ich hin muss. Aber ihr seht die leider nicht. Oh. Schaut mal her. Eine süße kleine Headcrab. Korn. 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 Hat keine Lust. Alles unnütz. Schade, nirgendwo was drin, Polymer, aber keine Munition. Was war das bitte für einen Fee? Das wollte ich auch gerade sagen, die Treppe, sieht doch nicht mehr so gut aus. Last two. Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Das waren absolut die schlechtesten Schüsse, die ich hier geschossen habe. Ich brauche Munition. Komm schon. Das andere Fee ist auch totgut. Wenigstens habe ich beide erwischt. Trotzdem. Was das nicht gerade? Was war das? Du hast immer nichts dabei. Oh, ein Telefon. Ja, hallo. Ich hätte gerne Pizza und Margaroni. Genau, ja. Zum Hotel. Keine Ahnung wie es heißt, aber ja. Okay, ausverkauft ist schade. Dann verpiss dich. Oh, Entschuldigung. Das sieht mir nach einem guten Koffer aus. Ach komm, die ist schon offen. Das heißt doch schon offen. Das heißt doch schon offen. Oh. Ja. Ich muss da mal. Danke. Danke. Nichts. Auch nichts. Ah, hier. Danke sehr. Oh. Okay. Danke sehr. Okay. turns out. Und jetzt mal die andere. Sie haben die andere. Schon. Auch nicht. Aber hier. Gut. Würde ich sagen. Schauen wir zuerst mal was hier ist. Ein bisschen. Okay. Sonst. Das war eher mal einfach. Ich glaube, die brauche ich gleich. Ähm, so. Hier we go. So... Dieses Hotel ist ähnlicher. Die Wiring wird ein echtes Ratsnest sein. Oh, nein. Power's back on. Let's check the elevator. Let's check the elevator. Hm, was passiert wohl nur? Äh? Das war wohl nichts? Nein. Schön das Licht anmachen. Ach. Hä? Äh. 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 Das ist gut aus. Power back on. Äh. 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 Schade. Looks like we're taking the ladder. Äh. 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 Ich hatte Vertrauenserweckendhaus. Ich erwarte nichts Gutes. Lecker. Na, was sehen meine schönen Augen hier? Okay. Okay. Eine Schotgunschel. Sonst gar nicht. Gut. Schön immer Vandalismus begehen. So, wie man es ja kennt. Das war meine Wald. Schade. Wieso kriegen wir wohl so viele Handgranaten? Hm. Vielleicht, weil das gar nicht so gut aussieht. Möglicherweise deshalb. Ja. Okay. Okay, ohne Schlüssel. Nur das Schlüssel überhaupt. Oh, Klopapier. Hätten wir das doch nur früher gewusst. Gut. 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 Okay. Ja, jetzt Jetzt wohl eine Etage-Router. Oh nein, ist jetzt zerstört. Es ist zerstört, Scheiße. Schade. Oh. 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 Das ist ein Riech. Oh, wirklich? Was ist Riech? Be spezifisch. Wie ein rotter Tier mit Ammonie. Mit Ammonie. Okay. Schade. Nichts. Nichts. Durch das Auge und die Nase. Sehr schön. Hier möchte ich jetzt auch nicht drin sein. So. Ich würde sagen, bevor wir da runter steigen, schauen wir uns das in der nächsten Folge an. Bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020